Heute digitalisieren wir eine Kassette. So was hier. Willkommen zur neuen Folge Eiche machen Sachen. Letztens bin ich Auto gefahren mit einem Kumpel und er meint so, Herr Eiche kannst du mir eine Kassette kopieren. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht, aber wofür brauchst du es denn? Dann sagt er, ja, eigentlich will er die nur mal wieder anhören, so auf dem Handy oder so. Und da habe ich gesagt, ja, digitalisieren kann ich die dir auf jeden Fall. Die Kassette, die ist irgendwie 20 Jahre alt von 2000 oder 2001 und da hat er irgendeine Radiosendung mitgeschnitten zum Danceholding. War ihm aber super wichtig und ich habe gesagt, klar, kein Problem, ich mache das, habe ich noch nie gemacht, so kompliziert kann es nicht sein. Und ist auch wirklich nicht kompliziert. Ich habe dazu meinen aller, allerersten Walkman ausgepackt, den ich im Leben hatte. Es war mein erstes tragbares Musikabspielgerät, noch vorm Discman. Es war kein Sony, kein Original Walkman, ein Philips mit Double Bass Boost oder Dynamic Bass Boost, keine Ahnung. Ich musste nur schmunzeln, weil die Taste mit Tesafilm festgeklebt war. Es hieß oder es heißt, es ist schon damals, dass der Bass immer an sein musste. Okay, also du schnappst dir ein Gerät, das Kassetten abspielen kann. Das wäre super wichtig, das ist eine Voraussetzung. Es kann aber alles sein. Es kann so ein CD-Kombi-Ding sein oder eine Hi-Fi-Anlage oder eben auch ein Walkman oder keine Ahnung. Wichtig ist nur, dass Kassetten abspielt und dass es einen Audioausgang hat. Und in diesen Audioausgang steckst du so ein Kabel hier. Das ist so ein Klinke-Mail. Es kann natürlich auch Cinch auf Klinke sein. Hauptsache, du kannst irgendwas in den Audioausgang stecken oder in den Kopfhörerausgang, damit du dieses Signal abgreifen kannst. Und als nächstes brauchst du ein Aufnahmegerät. Da habe ich einen Field Recorder genommen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein besseres Diktiergerät. Das geht natürlich auch mit dem Handy. Dann brauchst du aber vielleicht einen Adapter, weil die meisten Handys ja keinen Aux oder keinen Klinke-Stecker mehr haben. Dann holst du dir so einen Dongle und dann steckst du es ins Handy rein. Und dann braucht man nur noch so eine Diktiergerät-Funktion oder Sprachaufnahme, was auch immer. Als nächstes habe ich einen Pegel eingestellt. Der Pegel sorgt eigentlich nur dafür, dass es nicht zu laut ist und nicht übersteuert. Das heißt, lieber ein bisschen leiser drehen. Du kannst es digital dann später wieder pushen, aber dass das Signal halt eben nicht ausbricht und dass es nicht scheiße klingt. Ich habe da noch einen Lautsprecher angeschlossen, damit ich höre, was da abgespielt wird. Weil wir müssen das in Originalgeschwindigkeit abspielen lassen. Das heißt, wenn du Play drückst, dann läuft dieses Tape halt durch. Sponsortime. Wenn du keinen 3D-Drucker zu Hause hast, aber gerne 3D drucken lassen würdest, ist PCBWay dein Partner. Da kannst du noch CNC-Fräsen, Injection-Mouldings machen oder Leiter-Platinen herstellen lassen. Eben alles, was dein kleines Nerd-Herz begehrt, von schmalen Taler direkt zu dir nach Hause. PCBWay. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. So, und dann heißt es eigentlich nur noch auf Play drücken und die Kassette einmal auf der A-Seite und einmal auf der B-Seite durchlaufen lassen. Ich fand es super witzig, mittendrin hat die Aufnahme mal gestoppt, weil in der Kassette tatsächlich ein Knoten ist. Das heißt, die Jungs haben das Tape offensichtlich relativ oft gehört und da habe ich den ganz normalen, den Classic-Move gemacht, den Boomer-Move mit einem Bleistift, die Kassette einfach weiter gedreht, dass der Knoten vorbei ist und dann ging das wieder. So, am Ende hast du im besten Fall zwei Audio-Files, die du dann in eine Software ziehst, also von der SD-Karte runter, dann auf deinen Rechner oder wohin auch immer oder von deinem Handy runter. Und dann schmeißt du es vielleicht noch in eine Audio-Software rein, um da nochmal die Lautstärke anzupassen oder einen Kompressor drauf zu machen oder es zusammenzuschneiden, weil du mehrere Aufnahmen gebraucht hast. Und ich habe dann noch ein schönes Foto von der Kassette gemacht und mir so eine Art Cover damit gestaltet in Photoshop und dann hast du deine Kassette erfolgreich digitalisiert. Ich habe es mir angehört, es ist super geil, hat richtig Laune gemacht, auch wieder so in diese 2000er-Vibes reinzukommen und das war ein super witziges Experiment, ging super schnell, ging super einfach, hatte irgendwie auch so die Nostalgie. Nochmal hervorgebracht, eine Kassette anzuhören, den schönen warmen Klang von einem Magneton-Träger. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hast du jetzt auch Bock drauf, meine Kassette zu digitalisieren. Vielleicht schlummert da auch noch die ein oder andere Aufnahme von dir zu Hause irgendwo rum. Vielleicht was selber gesungen ist oder so. Wenn du Bock auf das Mixtape hast, ich kann es natürlich nicht abspielen hier wegen Copyright und so. Ich habe es als Wave und als MP3 bereitgestellt auf meinem Patreon-Kanal. Da kannst du das kostenlos runterziehen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Und yes, dann kann ich nur noch sagen, Dancehall, keep it blazing. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Von euch würde ich gerne noch wissen, hört ihr noch Kassetten an? Und wenn ja, wieso? Habt ihr noch Kassetten? Oder kauft ihr noch welche? Ich habe mir letztens von Dr. Dre, Chronic und Chronic 2001 als Kassette gekauft, aber einfach nur, weil ich es witzig fand. Und ja, lasst mich das mal wissen, haut's in die Kommentare.